Wie bitte? Sind Menschen für den chinesischen Ausbruch des Coronavirus verantwortlich? In den sozialen Medien kursieren Quellen, denen zufolge das Virus vor Jahren in Laboren hergestellt wurde und es sich nun um eine gewollte Pandemie handelt. What? Clixoom Science & Fiction. Hier gibt's täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen. Kurzes Update. Die infizierten Zahlen steigen unaufhörlich. Jetzt sind offiziell schon 4.500, nach gestern 3.000 Menschen infiziert und mehr als 100 sind gestorben. Inzwischen gibt es auch einen Infizierten in Deutschland. Fachleute fragen sich, ob die Pandemie noch aufzuhalten ist. Und auch in den sozialen Medien ist das mysteriöse Virus mit der vorläufigen Bezeichnung 2019 NCOV Thema Nummer 1. Hier wird angezweifelt, ob die etablierten Medien wirklich mit allen Informationen rausrücken. Egal, ob bei Instagram, Twitter, WhatsApp oder YouTube. Überall gibt es Informationen zu dem Virus und zwar mit Quellen belegt. Demnach unterliegen wir alle einer riesigen Täuschung. Denn die normalen Medien würden alle nicht darüber berichten. Ein großes Thema beispielsweise die Patentnummer des Coronavirus. Sucht man mit Google nach Coronavirus ist einer der Vorschläge Patent. Und tatsächlich hat der Coronavirus eine Patentnummer und diese ist auch öffentlich bei Google Patent einsehbar. Aber wurde da tatsächlich ein Skandal aufgedeckt? Diesen Quellen zufolge wurde das Virus bereits vor acht Jahren in Laboren hergestellt. Jetzt hat er sich ausgebreitet und dabei handelt es sich um nichts anderes als um eine gewollte potenzielle Pandemie. Demnach hat das Virus also jemand erfunden und patentiert. In manchen Posts ist auch die Rede davon, dass die US-Regierung hinter dem Virus steckt, um mehr Menschen zu einer Impfung zu zwingen. Leider muss ich mal wieder die Verschwörungstheoretiker enttäuschen. Es gibt nicht den einen Coronavirus. Es handelt sich um eine ganze Virenfamilie. Und ja, es gibt Patente. Mehrere sogar. Dabei handelt es sich um abgeschwächte Versionen des Coronavirus, die patentiert wurden. Diese Patente sind enorm wichtig für die Entwicklung potenzieller Impfstoffe. Das Immunsystem soll so auf diese Art von Viren trainiert werden, um im Worst Case auch gegen sie vorgehen zu können. Nämlich zu impfen. Manchen Theorien zufolge gibt es sogar schon eine Impfung, die uns aber vorenthalten wird. Fakt ist hier, Labore weltweit arbeiten mit Hochdruck daran, eine abgeschwächte Version des Virus zu entwickeln, die sich für Impfungen eignen könnte. Die große Herausforderung dabei, diese Virusversion darf weder zu stark noch zu schwach sein. Denn ansonsten taugt die Impfung nichts. Beziehungsweise die Geimpften könnten erkranken. Die Behauptung, dass das neuartige Coronavirus im Labor hergestellt wurde und dies mit dem Patent bei Google belegt werde, ist kompletter Humbug. Wie gesagt, es gibt nicht den einen Coronavirus, sondern es handelt sich um eine riesige Familie. Zudem werden Impfungen noch entwickelt. Patente auf die anderen abgeschwächten Formen von Coronaviren sind nicht auf die neue Version, die sich gerade ausbreitet, anzuwenden. Es handelt sich also eindeutig um Verschwörungstheorien, die zu Angst und Panik führen könnten. Allerdings könnte der Mensch tatsächlich für die Entstehung verantwortlich sein. Der US-Wissenschaftler Peter Rabinowitz vermutet nämlich in einem Interview mit New Scientist, dass es sich um eine Vermischung von Schlangen- und Fledermausviren handeln könnte. Möglich sei das, wenn beide Tierarten auf Märkten wie dem in Wuhan sehr eng beieinander gehalten werden. Das würde dann also doch bedeuten, dass der Mensch in gewisser Art und Weise selbstverantwortlich für die Erschaffung des Virus ist. Denn möglicherweise hat die Erkrankung, die durch das neue Coronavirus ausgelöst wird, ihren Ursprung eben auf einem Markt in Wuhan. Chinesische Gesundheitsbehörden und auch die Weltgesundheitsorganisation, WHO, gehen derzeit davon aus. Ähnlich wie das SARS-Virus damals ist das Coronavirus wohl von infizierten Tieren auf Menschen übergegangen. Auf dem Markt in Wuhan waren es wohl höchstwahrscheinlich infizierte Schlangen, wie ein Pekinger Forschungsteam herausgefunden haben will. Beide Schlangenarten sind im Südosten Chinas häufig, darunter auch in der Stadt Wuhan. Viele Patienten haben im Markt von Wuhan gearbeitet, wo auch diese Schlangen verkauft wurden. Laut der aktuellen Studie hat eine Veränderung an einem Oberflächenprotein dazu beigetragen, dass der Sprung über die Artbarriere zum Menschen gelungen ist. Konkret geht es um die chinesische Cobra und den sogenannten vielgebänderten Kreid. Die Pekinger Fachleute hatten das Genom von fünf Proben mit 217 ähnlichen Viren verglichen, die zuvor aus zahlreichen Tierarten entnommen wurden. Diese Analyse zufolge zeigt sich das neue Virus sehr ähnlich zu Viren, die bereits in Fledermäusen gefunden wurden. Und das spricht wieder für den fatalen Übergang von den Fledermäusen auf die Schlangen. Das chinesische Forschungsteam sieht jedenfalls die Schlangen als Würte, von denen die Erreger auf den Menschen übergesprungen sind. Andere Fachleute sehen das skeptisch und halten es für wahrscheinlicher, dass doch Fledermäuse die natürlichen Würte des Wuhan-CoV sind. So oder so zeigt sich mal wieder, dass Wildtiere am besten nicht verkauft und zubereitet werden. Denn bei diesem Kontakt können ganz schnell Pandemien entstehen. Wie sich jetzt leider eben beeindruckend zeigt. Und was noch wichtig ist. Bei einem solch ernsten Thema ist es wichtig, sich bei seriösen Quellen schlau zu machen und zu informieren und auch klar zu sagen, wenn etwas nicht klar ist. Und nichts zu verschweigen und nichts dazu zu erfinden. Denn falsche Informationen sind in einer Krisensituation alles andere als hilfreich und können am Ende Panik auslösen. Damit ihr euch informieren könnt, wir haben eine Playlist mit all unseren Videos zum Coronavirus gemacht. Hier drauf anklicken, anschauen und natürlich Clixoom Science & Fiction abonnieren. Dann verpasst ihr nichts. Achso, ja. Bis dann. Bleibt dran. Bis dann. Bis dann. Bis dann.